Feind nähert sich auf 30 Mikronen. Rufen Sie alle Krieger von der Oberfläche zurück. 25 Mikronen. Gleiche Richtung. Alle Damen hier auf dieses Fahrzeug. Jolly, was ist los? Das Geschwader wartet auf Befehle von der Galactica. 15 Mikronen. Psylon-Angriffsjäger nähern sich dem Schussbereich. Sie bringen euch zur Fähre. Los, komm! Bye, bye! Gib auf deine Mama acht. Ich wünschte, er könnte mein Daddy sein. Feind kommt näher bis auf 10 Mikronen. Jetzt noch 5 Mikronen. 4, 3, 2, 1. Positivschirm, jetzt! Starbuck, Maschine übercheckt und starten klar. Geradewegs auf uns zu. Feuer auf der Startbahn. Schadenskontrolle. Startbereit, Jolly. Startbereit, Sir. Buma. Fertig, Captain. Also dann. Nichts kann sie mehr aufhalten, Commander. Commander, das Geschwader durfte kaum eine Chance haben gegen die Tsylon. Sie werden ganz schön überrascht sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, müssen wir wieder runtergehen und auf den Felsen leben. Wer ist für die Atlantia? Und dieser für Säck. Das sind unsere. Alle. Commander. Aber wieso? Sieht aus, als ob eine Menge von unseren Jungs befehlenswidrig von der Party abgehauen sind. Ja, macht ja nach nur Dienstkörner bezüglich der Mannschaftsdienst. Ja, Sir. Starbuck, hinter dir. Keine Sorge, gesehen? Das hast du dir so gedacht. Boomer, hilf ihm. Schon auf dem Weg. Mach nicht zu lange, Boomer. Gut gemacht, danke. Danke. Das macht unsere Schwester eifer. Ich hab da drei. Die zwei, lass mir. Und jetzt nach Haus. Ab nach Haus. Ab nach Haus. Ich... ...